Wir behandeln den zu niedrigen Blutdruck, ja ganz genau richtig, gehört nicht den zu hohen, sondern den zu niedrigen. Denn zu niedriger Blutdruck wird ja meist abgetan, ist ja nicht so schlimm und weil dem nicht so ist, schauen wir uns das ganz genau an. Neuere Studien zeigen eben, dass es nicht ganz so ohne ist und dass das Risiko beim zu niedrigen Blutdruck eben Herzschwäche auslöst und eben auch das Risiko für Schlaganfall steigt. Wir sprechen von zu niedrigen Blutdruck bei einem Wert von 105 zu 60. Der Normalwert ist so im Schnitt 120 zu 80. Was bedeuten diese beiden Werte? Der erste Wert steht für systolischer Blutdruck. Dabei zieht sich eben das Herz zusammen und presst das Blut aus. Diastolisch ist der Wert, in dem sich das Herz wieder entspannt, das Blut sammelt und dabei sinkt der Blutdruck wieder ab bis zum nächsten Blutausstoß. Ja, welche möglichen Symptome für den niedrigen Blutdruck gibt es? Sehstörungen, zum Beispiel wie schwarz vor den Augen oder Sternchen sehen. Dann gibt es den Schwindel allgemein und Schwindel natürlich auch beim Aufstehen. Dann gibt es die Neigung zu Ohnmacht, Kopfschmerzen, Konzentrationsmangel, Ohrensausen, kalte Füße, Zittern, Blässe und Müdigkeit und auch ein zu hoher Puls. Ein zu hoher Puls als großes Fragezeichen. Ja genau, es ist so, das Herz versucht ja den zu niedrigen Blutdruck auszugleichen, indem es den Puls erhöht, damit das Blut dann eben überall hinkommen kann, wo es eben hin soll. Man unterscheidet von essentieller Hypotonie, wenn man keinen wirklichen Grund finden kann. Und das betrifft meistens eher gesunde, junge, schlanke Menschen. Dann gibt es die sekundäre Hypotonie. Diese hat dagegen erkennbare Ursachen, wie zum Beispiel Verengung der Herzkranzgefäße, also die Angina pectoris, dann Schilddrüsenunterfunktion, Herzerkrankungen, Venenschwäche und auch bestimmte Medikamente, natürlich auch Beta-Blocker, also die Blutdrucksenker können für den zu niedrigen Blutdruck verantwortlich sein. Ja und es ist auch spannend, dass in Deutschland Hypotonie als Krankheit gilt und international eben nicht. Doch hier gehen die Meinungen zwischen Hypotonie ist eben gut, weil sie die Blutgefäße schont und die andere Meinung ist zu gefährlich, weil eben Herzschwäche und Schlaganfall, Herzrhythmusstörungen die Folge sein können. Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Und eben genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Eine Meta-Analyse zeigte, dass italienische Wissenschaftler in 13 Untersuchungen an 120.000 Probanden zeigte, dass Hypotonie Hand in Hand geht bei einem 50 Prozent höheren Sterberisiko unter 65 Jahren. Die Wissenschaftler vermuten, dass anhaltender zu niedriger Blutdruck die Blutgerinnung und die Gefäßwände negativ beeinflussen könnten. Und weiter sterben Menschen mit Hypotonie signifikant häufiger an den Folgen eines operativen Eingriffs. Ja und die wichtige Frage ist nun, was kann man eigenverantwortlich bei niedrigem Blutdruck tun? Ich würde es so machen, liebe Freunde. Morgens nach dem Aufstehen, leichte Gymnastik, Beinradfahren im Bett und mal richtig gut ausstrecken. Dann Ausdauersport hinaus, leichtes Laufen oder Gehen, Radfahren, Schwimmen. Das bringt einfach den Kreislauf auf Touren. Die altbekannten Wechselduschen bringen natürlich auch den Kreislauf auf Touren. Das muss man natürlich mögen. Dazu muss man sich überwinden. Aber das macht schon Sinn. Warm, kalt, warm, kalt. Auch die klassischen Bürstenmassagen, die intensivieren, die stärken den Blutdruck in weiterer Folge. Salz zum Beispiel, das Himelaya-Salzgetränk und Natron wäre eine wunderbare Sache. Nämlich Salz bindet ja das Wasser und wird eben dann nicht so schnell ausgeschieden. Zwei Liter Wasser am Tag, die können auch hier Wunder wirken, denn mehr Blutvolumen entsteht eben natürlich durch mehr Wasser und mehr Blutvolumen bedeutet natürlich auch mehr Druck. Ein Kästchen Kaffee zum Beispiel kann eben auch nicht schaden für die Leute, die es mögen. Die wissen, dass das natürlich auch den Blutdruck anregt, den Kreislauf anregt. Ich trinke seit einiger Zeit keinen Kaffee mehr und werde auch deswegen keinen Kaffee trinken. Aber für die, die es mögen, dann wirkt es natürlich. Aber nicht fünf Liter am Tag, sondern ein Tästchen, wie gesagt, am Morgen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Heilpflanzen, die man einnehmen kann, die sehr gut wirken. Der von mir sehr geliebte Weisdorn, den ich schon seit Jahren kenne und nehme, der Genseng, die Mistel, Rosmarin, Salbei, Thymian und Kampfer steigern die Schlagkraft des Herzens und stabilisieren die Gefäße. Und natürlich das OPC. OPC reguliert nämlich bekanntlichermaßen den Blutdruck eben entweder nach oben oder nach unten. Ja, das war es schon wieder, meine Lieben. Das würde ich so machen. Ich teile mein Wissen, meine Erfahrungen gerne mit euch. Ja, alles Liebe von Gio. Bis zum nächsten Video. Baba und Tschüss.